Hey, schön, dass du da bist. Ja, auf meinem Kanal geht es um, ja, geht es um Gemüsebau. Vom Mangold, Möhren, Zucchini, Kürbis oder auch Exoten. Etagenzwiebel, Ingwer, verschiedene Kohlsorten. Und, und, und. Um Hühnerhaltung, Vermehrung und, und, und. Über Kaninchenhaltung, jedenfalls versuchen wir es. Über Bienen, von der Pflege bis zur Ernte, bis zur Behandlung, das ganze Jahr. Um Gartenprojekte, Großprojekte, Saunabau, Wellnessbereich, Himbeeranbau und Ernte. Das alles seht ihr hier auf meinem Kanal. Und wenn ihr den Abo-Button auch noch drückt und die Glocke aktiviert, werdet ihr jeden Samstag daran erinnert, dass es wieder ein neues Video bei mir gibt. Danke fürs Zusehen. Danke. Und Tschüss.